Jeder braucht einen Ort, an dem er sich gerne auffällt, sich wohlfühlt. Mit der richtigen Portion Kunst und Funktion macht die Farbmühle Friesneck GmbH aus Feldkirchen auch ihr Zuhause, beziehungsweise ihren Arbeitsplatz, stilsicher und behaglich. Das Familienunternehmen bietet im Shop ein ausgesuchtes Sortiment und berät mit sechs Mitarbeitern und der Geschäftsführerin Barbara Friesneck nun schon seit über 30 Jahren die begeisterten Kunden. Das Team verbindet Ideen mit Raum, setzt Licht, Farbe und Textilien in Gefühle um. Durch die perfekte Zusammenarbeit mit Architekten und Handwerkern nimmt Ihnen das Team der Firma Friesneck alle Sorgen ab. Neben der Wohnberatung für den Privathaushalt dekoriert das Unternehmen übrigens auch Hotels und Restaurants. Sie wollen den Schlüssel zum neuen Wohngefühl? Dann besuchen Sie die Farbmühle schon vorab online unter www.farbmühle.at und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt des Wohndesigns.